hallo meine lieben freunde der rhythmischen sportgymnastik herzlich willkommen zu let's play mad max wieso ach da ist dabei ich bin schon wieder voll am ende fällfleisch ist voll warte im moment da muss ich jetzt trinken gluck 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 damit der wieder gesund wird der gute maximilian gluck 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 so jetzt kann man das ding wieder auffüllen da muss ich so lange gedrückt halten oder schicke sache so hoch weil sonst halten weltflasche blablabla das der redet jetzt einen scheiß zusammen da der kollege da der und sind gut jetzt müssen wir da weiter gehen geld wurde in noni hat ja das schaut aus im mond land schon was knistert da so blöd da kommen nicht da kommen da kommen weiter es kommt kein was ist da kommen wir hätten schlag ja das kann ich das kann ich perfekt halten das so da kommen wir da kommen rein oder worte aber ist um die ecke noch was das war ja auch gott das weiß ich wieder nicht wo ich weiter muss was ist ein paar drin da ist zeug drin und sorte kommt das ist ein brutaler gut zu halten nehmen blablabla gut eins und eins und da ist hapa hapa volle gesundheit und ne ach da hätte ich mir das mit dem wasser spart so was aber auch gut jetzt haben wir das gut jetzt müssen wir da waren nix da da waren wir noch nicht drin nee es kommt gut 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 das und siegne war ja das ist aber da kannst du ja verlaufen hier hat da verläuft man sich ja tausend mal historische schuld das ist die klose schau herr ein plumpsklo den habe ich jetzt ins plumpsklo rein den auch kommt messer bestraft der hört gar nicht mal auf hier wo ist er achte doch der hört jetzt nicht mal auf der ist gerade im wutmodus da hat da sind die fliegen hier in dem plumpsklo na gut da wollen wir gar nicht reinschauen gut aber der hat was dabei reich der hat so ein ding da was das hat da ist auch noch käse da muss man alles machen ja dann kriegt man schick punkte irgendwie haben wir alles hier oder das spiel ist toll gut da gehen wir da zurück wenn ich zurück finde ich finde immer zurück da bin ich habe ich will nicht gut halten wo die ich bin noch nicht satt toll man dunde futter ja hallo schlag hilfe wo geht es denn jetzt weiter freunde da waren wir jetzt überall oder von da oben da war man da ist nix mehr oder mensch da kennt sich keine da ist das plumpsklo ne da kennt sich keine sau mehr aus das ist wahnsinn bin da waren wir jetzt überall da da bin ich hergekommen oder da geht es auch noch mal um die ecke ne da bin ich hergekommen gut aber dann müssen wir jetzt mal da die treppe rauf jetzt oder gut schlag x es wird jetzt gleich mal nötig sein schätze ich da ist wieder worte was ist da ach da da waren wir gerade gut kommen darauf steigen müssen wir da aufhauen und sind so jetzt kommt keiner worte gefährliche ruhe doch warte zu so darauf noch kommt komm rauf da oben ist auch noch käse warte 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 da ist nix da ist bestimmt hoch aufpassen ah da ist schrutsch aha 4 von 8 da da ist eine käsefabrik äh ne was muss ich äh mach ich denn die kaputt halten zerbrechen huch der steht hier am abgrund zerstöre gutes fallen lassen huch ne da ist nix mehr oder ne gut dann gehen wir huch gehen wir da weiter oh ne wahnsinns aussicht toll ne gut dann müssen wir da runter hm tolle spiel naja wir machen das richtig da was ist denn das oh jetzt muss ich aufpassen oder oh 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 ah ach jetzt kommen die bösen na die kriegen jetzt was auf die Mütze na hallo aha ah ah ja erst die weißen nehmen oder ah ah das sind aber viele das sind viele oh jetzt hat er Wut ah jetzt bin ich tot scheiße da ist es aber schwer hier ich hab doch die schicke Waffe gehabt da ach komm oh weia das kann das kann jetzt hier dauern oh ne da hätte ich jetzt das Ding gebraucht ach kacke jetzt habe ich keine Waffe mehr äh äh kann ich die nicht raus locken einzeln dann gehe ich wieder zurück oder na komm 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 put 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 uch die schmeißen mit Steinen das ist unfair oh ne komm her ach die schmeißen wie soll ich ihn da jetzt durchwatscheln kacke kacke auweia das sind das ist doch die Schwimme ok ah scheiße muss ich Wasser trinken oder warte ah das kann ich gar nicht so schnell Ah, scheiße, wie soll ich denn die alle aufmurxen? Muss ich weglaufen? Ich kann gar nicht so schnell weglaufen, oder? Scheiße. Muss ich da jetzt mal mit der Waffe schien, oder wie? Nee. Ach Gott, da komme ich nie durch, Jungs und Mädels. Ja, lad mal hier. Schweren Schlag halten. Was? Schweren Schlag halten? Ah, schweren Schlag halten. Muss ich mal einen schweren Schlag halten? Ah. Da war er, der Böse, der haut ihn mal. Ach komm, da komme ich ja nie durch. Ach komm, da komme ich nie durch. Ach komm, komm, wie soll ich denn da durch? Ach, da komme ich nie durch. Ach, scheiße. Muss ich irgendein? Der Sniper, ja, toll. Hm. Mhm. Aber was ist denn jetzt links unten? Ach so, die Ladeanzeige. Muss ich irgendwo raufklettern? Jetzt warte. Schweren Schlag halten. Griffheiß. Kann man da nicht irgendwo rauf? Warte, was sagt meine... Oh, jetzt geht er gar nicht. Oh. Oh. Ah, jetzt habe ich falsch hingekriegt. Aha. Aha. Ach komm. Ich hätte auf das Ding auf das Ding schießen müssen Auweia Ich muss den noch schnell umhauen Ah Na jetzt hau ich es doch schon fast Komm Ah ne kacke Jetzt hätte ich es fast gehabt Komm laut halt Ach komm Ich muss auf das Ölfass schießen Warte Na gut wenigstens lädt das gleich an der Stelle Nicht dass ich den ganzen Track nochmal Warte ich muss auf das Ölfass warte Warte Wo wollen wir es denn? Wie ist das Drecks Ölfass? Hä? Äh? 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 Der ist so böse Da kommt Ah ist mir schon wieder tot Der geht gar nicht weg Ach komm jetzt muss ich weglaufen Ach komm da komm ich Der Au Jetzt tut mir schon die Hand weh wie sollten die durch durch die kapital abbauen wieder oder so da komme ich nie durch ich habe es sonst keine habe ich keine andere waffe mehr warte mal was habe ich ihn für waffen wo ist in einer haupte ich habe überhaupt nichts und kann man damit weglaufen weglaufen falsch den schwarzen muss ich zuerst wegkriegen oder da komme ich nie durch kommen aber jetzt weglaufen muss ich weglaufen habe ich immerhin schon weg oder jetzt kommen wir auf gut jetzt kommt einer rauf den habe ich jetzt um muss ich trinken schnell trinken aha jetzt aber über die kommen aber den aus der nächste muss ich noch mal trinken der ist ganz hart wird den jetzt auch noch kommen jetzt kriege ich die aber weg haupte neben sage jetzt nicht dass ich es geschafft habe weil dann kriege ich flöhe ach trefferserie ich kriege flöhe ich bin ganz erledigt na gut da haben doch keiner mehr irgendwas wollte da oben waren noch fünf aber da habe ich einen runter geschmissen war ja mir tut die hand wie habe ich so als habe ich einen und ich bin ganz aufgeregt aber einen runter geschmissen der liegt das da unten der hat keine beute mehr so jetzt können wir ich bin ganz fertig das spiel makes me ready das kann man jetzt mal so in den raum stellen hier diese behauptung jetzt wenn noch welche kommen anfangen schreien an jetzt haben wir die das war ja haupte hier und jetzt wissen wir da muss ich mit da rein oder das ist ja mal ein spiel hier leckt mich jetzt kann ich das arme tut echt die hand genau jetzt nicht dass jetzt dann noch 30 kommen dann steilig was gibt es denn hier feines nichts mit soße das kann ja nicht sein schau da gibt es gar nichts doch an die da heute heute sonst gibt es ja nichts mehr gut dann gehen wir darauf da ist da ist nichts das kann nicht sein kann das sein da ist nix die verarschen mich hier das merke ich gerade war ja da geht es auch rand ausschüttet ja auch immer schon war ja na gut das werden wir jetzt noch hinkriegen da kommt mal schauen sonst da ist da ist nichts aber da geht es auch noch da ist nix warte jetzt machen wir mal die ölpumpe benötigt explosion witzig stürme halber stehen in einem stürmer nein war wissen wir super beute und was soll das wieder für ein kack werden auch wie soll das muss jetzt sprengen käse kacke stürmen wie soll das blöder sturm sturm wieder weg oder wie warte moment warte ich jetzt kaputt oder wie warte ich höre nix warte ich höre nix mehr meinst du löschen kack oder wie muss ich jetzt hier drei stunden warten da oder wo oder wie oder was oh je tolles spiel kaffee pause müssen wir sowieso gleich wieder in zehn minuten na jetzt aber oder wird es besser seine gesundheit ist aber noch also ja und jetzt was soll ich jetzt machen ach komm warten gut pause tut mir leid tut mir das geht was passiert wenn ich raus gehe tut tut da rein gehen irgendwo rein gehen oder wie da hör da hör da hör man hört das auf wieder in drei jahren ne schau mal dabei die karte ja tut mir jetzt echt leid aber was soll ich denn jetzt machen ich muss das ding da ich habe keine muss ich da explosion wie soll ich eine explosion herkriegen wo soll ich denn eine explosion was ist da drin ah äh munition nehmen ein stück munition ah da ah da ist sie kacke die muss ich zerschießen oder warte hm hm 3 von 4 3 von 4 Wochen 4 mussten es scheiße drin auspringen acy Haben wir denn keinen Benzinkamister hier? Haben wir da nix zu machen? Ah, da ist's, ne, da ist's. Ah, das nehmen wir jetzt und das schmeiß ich jetzt da drauf, auf das Ding da, da hin. Ölpumpen. Aufgelöst, zerstört, fortfahren. Aha, oh weia, ein Insignal brauchen wir noch und ein Schrott. Äh, ne, mhm, mhm, mhm. Da, Alter, turtle, turtle, turtle. Bedrohung verringert. Es war auch noch ein Schrott, wo ist der? Warte, da, ne, huch. Was sollen das wieder alles vorstellen, da? Ach so, da bin ich hergekommen. Da muss irgendwo dagegen noch was, ach, ne, das, huch. Oh weia, kann ich da außen rum watscheln? Warte, äh, das ist da in der Hütte, warte. Aha. Ja, tut da so blöd? Da war nix mehr, oder? Ne. Da oben, da kommen wir drauf. Warte, dill, dill, da sind bloß so Dinger. Da ist Benzin. Da, da in der Hütte, jetzt warte, da in der Hütte. Ah, da oben, jetzt, da oben ist bestimmt noch was. War nur eine Insignie und ein Schrott. Und da ist Schrott. Schrott auch, das war noch eine dämliche, das sind so rote Dinger, oder? Wo sind die? Bonus Schrott, was ist das Drecksding? Oh, ne. Oh, ne. Oh. Oh. Einen Ding brauchen wir noch. Eine Insignie. Aber den muss ich finden, weil sonst dann kriege ich das... Ist das da eine? Ne, das ist keine, oder? Ist das eine? Okay. Dann kriege ich wieder schick Punkte. Da oben waren wir schon, gell. Da ist nichts mehr. Da? Ne. Da. Da. Scheiße, wo ist denn das Ding? Das ist nichts. Das sind so rote Dinger, gell. Wo sind denn die? Sag jetzt nicht, dass das da außen war. Oder? Ne. Wo war ja... Au. Ne, da ist... Huch. Sag jetzt nicht, dass das da unten ist. Ach du Scheiße, das muss ich nicht finden. Ah, da, 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 da hängt was. Warte. Da. Das ist eine. Warte. Da hängt so ein Ding. Ne? Da siehste. Wie komm ich denn da hin? Das ist eine. Da. Da hängt so... Wie komm ich denn da hin? Da brauche ich so ein Schießgewehr irgendwie oder so. Warte. Kann ich da hinschießen? Das ist das, oder? Wie komm ich denn? Warte, komm ich denn da hin? Da. Da. Auch nicht. Ach du Dreck. Wie krieg ich denn das? Das hängt da in dem... Ding. Scheiße. Siehste. Sniper. Da brauche ich jetzt das Drecksgewehr. Das habe ich nicht. Ach du Scheiße. Wie komm ich denn da gar nicht? Kann man das nicht irgendwie absäbeln da? Ach Scheiße. Entschuldige. Da. Äh. Äh. Das hängt da an dem Ding. Ach komm. Äh. Da kann ich jetzt nicht hinschießen. Oder? Das ist das. Kann man das nicht abschießen? Oh ne. Scheiß Dreck. Wie komm ich hin? Da brauche ich ein Scheiß Schießgewehr. Da ist aber... Ist da nicht noch eins? Wie komm ich hin? Das kann ich nicht. Das steht da unten einer. Da steht einer, oder? Da unten. Ach das sind jetzt meine Kollegen. Aber ich muss ja auf das Ding hin. Ach. Ich brauche ein blödes Schießgewehr. Ne. Na gut. Na gut. Na gut. Dann... Muss man wieder zurück, oder? Äh. Hm. Anders komm ich da nicht hin? Also zurück meine ich. Mistkacke. Kann man da nicht ein Benzinkarnister hinwerfen, oder so? Warte mal. Oder so ein Ding werfen? Warte. Das kann man das irgendwie... Das ist das Ding, oder? Ja. Wie komm ich denn da hin? Da. Au, au. Und now. Werfen. Scheiße. Benzinkarnister kann man auch nicht werfen, ne? Da war ein Drecksgewehr. Benzinkarnister. Werfen. So weit wirft der den nicht, oder? Werfen. Werfen. Na gut, Freunde. Dann müssen wir da zurück quatscheln. Gut. Merken. Da ist noch ein Ding. So. Ach so. Gut. Da war nix mehr. Das andere haben wir ja alles. Huch. Hoppla. Na gut, dann haben wir das. Ah, fast. Ein bisschen schneller laufen. Und vor unten mal schauen. Vielleicht kann ich es vor unten. Jetzt komm ich da nicht mehr zurück. Das weiß ich. Ach du Scheiße. Finde ich, da finde ich nicht mehr zurück. Aber die Aussicht ist grandios, gell? Wahnsinn. Na gut. Da haben wir ja sonst. Hoch geht's da runter. Hoppla. Laufen. Vielleicht kann ich so unten abschließen. Oder so. Da ist das Worte. Da oben hängt's. Da oben. Aber das sieht so hier aus. Irgendwie. Und den hat auch keiner. Der da. Da oben hängt's. Oh ne. Da komm ich nicht hin. Das kann man nicht irgendwie. Scheiße. Benzinkarnister. Kann man nicht zum Benzinkarnister? Oh ne. Da ist es. Na gut, Freunde. Oh, Schrott und Ende. Benzin, Benzin, Benzin. Da brauche ich wieder eins. Warte, nehm nochmal einen. Für meine Karre. Muss ich wieder tanken? Tanken. 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 Huh. Tanken. Huh. Huch. Tanken. Tanken. Huch. 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 Na gut. Dann haben wir das hier. Aha. Ein Ding fehlt mir noch. Oh ne. Da haben wir das Schießgewehr. Na gut. Freunde. Haben wir wieder eins. Oh Gott. Jetzt haben wir wieder 30 Minuten. Müssen wir wieder aufhören. Na gut. Haben wir wieder ein bisschen was gemacht hier. Gut. Okay, Freunde. Dann machen wir wieder Pause. Und machen wir im nächsten Video weiter mit unseren Sachen hier. Da haben wir noch einiges zu tun hier. Schau her. Wahnsinn. Legenden. Sprich mit Ödländern. Schrott. Suchberecht. 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 Ah, da müssen wir jetzt abzeichen. was habe ich mir gesagt. Oh. 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 Den kann ich nur bei dem Griff verbessern da. Werk. Was gibt die Werkstatt hier. Neu. Da haben wir. noch ein Raumgitter. Noch ein Raumgitter. Erhöht die Raumkraft. Wenn wir das schauen. Wollen wir das nehmen. Derzeit eingebaut. Ach ne. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Was ist das? Beschleunigung. Na ja. Was ist der da? 300. Warte. Warte. Was haben wir noch im Angebot? Neu. Was denn das fehlen? Ah. Das ist bestimmt gut. Oder? Das haben wir schon. Gegen das Fahrzeug schleift. Na das nehmen wir. Oh. Wahnsinn. Abwehrstacheln. Na gut. Hinter. Ob wir. Wahnsinn. Das ist aber offenartig. Das ist nur ein bisschen. Äh. 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 Jetzt haben wir hier wieder Pause. Gell. Und machen im nächsten Video weiter. Der liebe Mad Max. Der Chum Bucketsch. Und ich. Der liebe Tom. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle von dir. Und tschüss. Bis zum nächsten Video.